Habe ich auf Arneky geschaut? Was? Ja, schade, da. Ihr dürft jetzt nicht, also wir müssen gucken. Wir sind sonst immer Full Dead. Wir stirbten ja nicht oft echt in dem Modus hier irgendwie. Man hat immer Loadout und Waffen. Die ganze Zeit. Was hast du mich gefragt? Ob du sonst auf Arneky geschaut hast? Ich kann einfach nicht schießen. Akamek Akele hast du gefragt? Sons of Arneky, ja. Sirena, get my pussy ass up. Sons of Arneky? Ja, ja, Bro. Sons of Arneky war sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Woll, man hat ja vier. Das ist dieses Platten-Event. Jungs und Mädels, mein Mod ist gerade in den Stream gekommen. Schreibt, oha, gute Mates. Was sagt ihr dazu? Ja. Woll nicht so lutschen, der Mod bei uns. Also, er hat schon nicht dich gemeint. Sie hat schon nicht dich gemeint, Chris. Ah. Sirena. Guck mal, was passiert denn hier? Scheiße. Heba. Feuchtende Platte. Scheiße. Du musst immer erst mal deine ganze Muni aus dem Inventar droppen. Oh, lol. Hä? Was ist denn das? Weil das ist bei ihm was. Digga, man hat sich komplett ab. Man hat sich direkt auf seine Klasse. Digga, das ist der geilste Modus ever. Ohne Spaß. Weil das es Trios ist. Das Quartz wäre halt noch viel geiler, aber... Ja. Das Quartz wäre echt geiler. Ich kann auch diesen... Ich kann normales Warzone wirklich nicht mehr spielen, seitdem ich den Modus spiel, weil... Ich hab so diese Aufmerksamkeitsspanne von... Wie die TikToker, weißt du? Alter is next. Holy shit. Du scheiße, bro. Hä? Ist das... Alter. Alter, das Wurfmesser. Ja. Ja. Stashin. Ja. Hast du noch... Läuft's bei dir doch, Chris? Ja, warte, ich will den Kill. Die Lobby wird abstützen. Bei mir, ich laufe einfach gerade. Nein, nein. Digga, ich bin so frying right now. Die Lobby wird nicht abstützen. Wisst kurz. Ich hör die ganze Zeit das Wurfmesser fliegen. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Oh, Bruder. Jetzt muss ich aber 40 Sekunden warten. Ist das geil. Armin, danke für 38 Monate mit Prime. Geilster Mose wäre komplett ohne Loadout. Ne, ne, ne. Mit Loadout schon besser. Dann müsste man das Spiel komplett re-worken, wenn du ohne Loadout spielen willst. Moin Ravers Soll ich Kayser VIP VIP geben? Chat, ihr entscheidet Hallo Laula Eins für VIP, zwei für Nein, ich will lieber selber haben Dankeschön Arme Für 38 Monate Bis jetzt sehe ich mehr 2 Ja, so wie Blackout schon Ja, aber das ganze Spielprinzip Ist ja darauf aufgebaut Schade, der Chat gönnt nicht Kayser VIP, schade Will gar nicht Du meinst aber Kayser VIP, wenn ich dir VIP gebe Dann änderst du nie deinen Twitch-Namen Das hast du letztens gesagt Freiwill, danke für den 8. mit Prime Vielen Dank Und Alex, Richton, Dankeschön für den 5. Monat Welcome back Ja, als Benta Junge, was für Benta Du hast zugestimmt Es gibt kein Benta Wenn dich jemand fragt Keine Ahnung Wenn ich jetzt 5 Kills mache Kriege ich dann 10.000 Euro Du sagst ja Dann musst du ihm 10.000 Euro geben Wenn er 5 Kills macht Scherzgeschäft Hast du was von der Trierer Trierer Weinversteigerung gehört? Nix Scherzgeschäft Bindes Angebot McLovin Dankeschön für 22 Monate Mit Prime Wen meinst du denn mit Foggy? The Fog oder was? The Fog Lutscht halt immer nur bei mir Andere, die es sein sollten Ja Wisst ihr, wer einer davon ist? Der Mann hier VIP kann nicht zugefügt werden Ich hab zu viele VIPs Alter, ich muss jetzt VIPs kicken McLovin Ich dank dir für die 22 Monate Mein Freund Und Gulag Danke für ein ganzes Jahr Als Opa im Stream Ihr habt Spaß, Chat And I love everything about it Das ist jetzt ein neues Strat Einfach auf der Plumpen zu sitzen Und zu snipen Oh mein Gott, nee Ja, weil du halt Low-Dot die ganze Zeit hast Alter, ist eher ein Demon hier bei mir Ach du Scheiße Schnell weg Sonst an wie auf TikTok Mir gibt es auch richtig oft Spezi-Bonus Müsst ihr drauf achten Am Boden ist richtig oft Spezi Nein, was? Ich hasse es Es wurde gestackt mit Termin Ich räche dich, Chris Ich räche dich Wir sind krass, ne? Also der Ida Ich hab den erst Ich hab den gekillt Hast du grad Stylas gesagt? Nee Ich hab grad Stylas Ola Ich hab das verstanden Nee, nee Oh, no Ja, ich denke halt immer In ihm Weißt du Ich denke eher Schlimm ist weiter Arme Äh, Lola All right, all right Got you, got you, buddy Ich höre doch 80 Leute Vollidiot Hier bei mir Oh, shit, das ist hinter mir Hinten hier Ich komm jetzt wieder Nein, bruder Ich hör die Schritte verwirrt So sehr Tonfahr Tonfahr Oh mein Gott das hier alles alle so was wettet muss ja echt mal fixen da mit einem bohrson zeigen dass du deinen karte karte wahrscheinlich ja es hat irgendwas da auch damit zu tun das ist das kann ich mir das ja nicht gespielt habe oder soja das war der typ den ich auch meinte der der demon ist der hieß irgendwie 87er smiley oder so ich habe einen medizinstudenten ja 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 chill buddy okay bei dir schäfer 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 get me up ich habe kurz in den tod geguckt ja was das bro kaiser in was für eine lobby hast du da reingeworfen oder normale lobbies halt ich finde mit nicht mal mit vp also nein wie gesagt was ohne vpn findest du nicht so ich weiß ich finde ohne vpn solche lobbies nicht so doch man ja 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 ich weiß schon ich weiß was du sagst 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 ich habe drei Monate nicht gespielt chillt mal kurz ich bin ich bin in 10 Sekunden chillt mal kurz ich habe drei Monate nicht gespielt ah chill 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 wie viele sind bei mir aber dann vielleicht sind die tot die deutschen sind zu sauer die deutschen sind zu sauer oh der ist ein bisschen sauer ja der ist ein bisschen sauer beide schickrack ja das ist one shot gewesen ich hab ihn durch die links abgeschossen noch schiebwand hinter mir thermit hinter mir gut gesagt gerade thermit suck es geil ist hier noch eine platt irgendwo komm her hier ich hab jetzt eine oh danke boop 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 ich kann jetzt ein kill ist noch gut ich muss weg ich muss weg ich muss weg hinter uns hinter uns aber über uns digga nein na aber wir sind noch ein aber ich kann der platten mehr was zur sirene runde diesen gegner bei mir irgendwo ich bin aufgeklatscht können wir müssen nicht mehr mal kann ich aber flieren auf sirene komm jetzt zu mir ich sehe man kommt runter geht gar nicht auf das x hier ist ein spezi bonus äh das ist nicht so gut ich gehe schnell mit dir bitte helf mir und schuldig kaputti oh Tegi sie ist auf mich von oben eines auf dem schiff 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 ist einer mh süß ist einer noch einer wurde gekauft guck im himmel und noch einer ist auf dem dach ist auf dem dach bei uns ich sehe denn das hinten am headpletschen dreh sie pass auf ja ich glaube ich sollte hier eigentlich safe sein oder so ja was ist das hier eigentlich für ein endgill ist es immer so intens ja geht doch die lobby an aber die lobby hier ist schon tough muss man ehrlich sagen mal leben auch noch echt ein paar ne muss auf rest wieder ja walt sie ist auf warzone oder so direkt unter uns muss einer sein eigentlich einer ist in der Luft muss jetzt runter dreht sie wieder auf uns dreht sie wieder auf uns ja ich hab den ich hab den hier oben sind wir eigentlich gut die anderen müssen da müsste was sein hier der letzte ist glaube ich hier drin oder so der letzte ist glaube ich hier drin oder so ich hab spät sie ja er ist hier er ist hier er ist unten am Fenster soll ich ihn pushen? ja kannst du fließe ihn dir ein bisschen an er ist wornig hallo wieviel soll du so gut hat er noch viel ah egal ja ok äh ja ok gutes kill damage auf jeden Fall also wenn ich mir das vorbeut so angucke was bedeutet diese zahl bei redeploy's das raffe ich nicht das ist buggy glaube ich versteht irgendwas einfach ja gar keinen sinn ne